Was war denn? Ich würde jetzt gehen können. Die Maschine steht hart auf Rieseraden. So, die Sachen stehen. Die wollen das immer nur auf. Mit so einer Schauke hängen die auf einem anderen Held. Haube und oben weg, ne? Frau Brieber. Oh, Scheiße, ey! Jetzt fängt es an. Scheiße! Das geht auch beim schlimmsten Regen. Nur bei Sturmen nicht. Das ist so gewesen, dass die haben. Mittag ist ein Regen. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.